Kampfkunst ist für mich schon so, man kämpft eigentlich mit sich selbst die ganze Zeit. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist in vielen Kampfkünsten so, dass man durch dieses harte Training, egal wie es ist, an seine Grenzen geht und sich überwindet und Grenzen überschreitet und diesen State of Mind kannst du ja dann auf alles übertragen in deinem Leben. Was man da in der Schule kriegt, die Möglichkeit diese Ausbildung zu machen, das kannst du nicht mit Geld kaufen. Ich habe dieses Batman, ich liebe es so viel. Ich bin mit ihm, ich bin mit ihm, und dann habe ich auch einen Krieg von ihm. Oh, das ist Robin. Robin, er fließt, er fließt und dann kämpft die Kriegs. Oh, ich sehe. Yes, und... Oh, wer ist das? Tobi. Like that, he's gone, underground. Nobody's ever seen him since. He becomes a myth.